Oh nein! Musik aus! Ach komm schon! Ich hab doch ausgemacht, oder? Begib dich zum Pier! Stopp, 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 stopp! Ich muss hier lang! Mich auch? Was war das? Ok, okay, gut... Chep, will you tell these gentlemen about your first job? Tee, man! You can just as easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, part of the interview process, I guess is how you call it. Trevor wusste, dass ich mich zu essen konnte. Ich wollte, ob ich mich selbst behandle. Dieser Geld für Gold kommt durch die Stadt. Das ist die Grund, dass er die Geld hat. Die nächste Woche, wir brennen ihn und seinen Körper in der Schraub. Na ja, die meisten von ihnen. 50,000. Er hat gut gemacht. Er ist besser auf alle Aspekte der Arbeit. Von Böden bis zu Dismemberung. Ja, dein Geil für Sharekid. Ich sagte, dass ich nicht die Details erinnere. Lass ihn alleine, Trevor. Das ist ein wichtiger Moment, Michael. Hier sind wir. Ja. Das ist wie ein Schwanzwerkreich, ne? So ungefähr. Ne? Hier muss ich rein, gut. Oh Alter, das ist ja bescheuert, oder was? Hm. 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 So schnell den Trevors... Okay, Mann. Schau. Okay. Das Erd sú war, wie zwei Stacks, Mann. 2G? Das ist schwer, Mann. Das ist das, Mann. Er ist kein schlecht, Mann. Mann. Das Ganze war zwei Stacks. Nur ich habe keine Mal gesehen. Die Pack zurückgegangen, Mann. Geld war nicht mehr, dann... Die Pack! Ha 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 ha! Du amatw. Ich wusste, dass ich nicht gesagt habe, was ich sagen musste. Hey, Franklin, wir alle haben alle ein paar Mal zu beginnen. irgendwo. Das letzte Mal, ich sage dir was du. Jetzt! Komm schon! Hahaha! Das wird so cool, Mann! Learn zu lachen mit dir selbst! Du bist gefährlich von diesem Mann! Oh, ich? Ja! Du! Ich würde nicht lachen, ich würde nicht schlafen! Ich habe meine Arbeit! Ich habe meine Leben! Und nie die beiden werden ich! Wir riskieren unsere Arten! Wir müssen als Familie sein! Wie ist das? Die Pack? Mann, mach dich! Du! 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 Gut, okay! Das Gespräch ist bei mir! Wir sind auch schon da! Sehr schön! Oh Gott! No! Komm, komm! Weg weg, Mann! Ich mach es! Ja! Hm, 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 no! So, so schön! Also die drei die haben echt so, irgendwie passen sie zusammen, ne? So! Ja, parkt den Spot in der Nähe des Punk-Eingangs, alles klar. Machen wir das. Kein Problem. In der Nähe, das ist heute davor, oder? Okay. Dann mal los. Dann mal rein in die Bank, los. Klar gehen wir in die Bank. Jawoll, Peter Hoppe auf einmal wieder. Mh 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 mh. Kann ich wechseln oder was? Ach so. Jetzt muss ich wir wechseln. Gut. Mach schon, mach schon kurz. Ah, wir sagten. Was ist denn? Oh oh. Ach hey. Ja. Ja. Äh, wir geben dich zum Pressor an. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. So. Mh mh mh. Alter, Junge. So viel. Okay. 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 Oh, jawoll, ja. Fett. Alter. Ja, das ist auch schön. Hier wird aber scheiße, geil, auf jeden Fall. Das ist auch schön. Ja, Junge, Herrstrott. Guck mal her. So. Das ist genauso. Wollen wir noch welche? Wollen wir noch welche? Da hinziehen wir noch welche. So. Wir sind noch welche. So. Wo stehen sie da rum, hä? Wo? 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 Oh, da sind noch welche. Show, show, show. Den haben wir auch. Sehr schön. So. Wohin jetzt? Mh mh. 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 gut dann halt so, ja gut dann muss man den geben so wo sind sie jetzt überall hier, guck mal her, los, 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 los ja noch los komm schon alter junger, wie viele sind das eigentlich hier noch? das sind doch die Pfander wirklich alles hier an Provinz spulen auf, oder? äh ich will drüber haben lieber jawoll, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon so nichts runter mit den Waffen geht keiner runter mit den Waffen ich komm schon los, 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 los und ich jetzt ein bisschen oh 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 das fehlen wir schon, das fehlen wir schon, das fehlen wir schon so, guck schauen noch irgendwo noch irgendwas hier in der Luft oder so nee, ich hab hier's drin muss so, komm lieber okay, ich geb dir schon Mühe ja, 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 ich komm da schon, ich komm da schon was ist das denn da? doch, die sind liebe was die Army, wie, was die Army, nix die Army hier wie, totstellen, wie, totstellen das tut nuike nuike nueva naier da geht ums Penner so, was sind sie denn, ne? Army! jawohl die Army ach, die wählen jetzt hier die Army jetzt, die gehen sie alle lider tisch mal aufya, so Boah, wo sind sie? Wo steckt der her? Wo seid der her? Wo seid der her? Ach komm schon mal, wenn du die wegst. Ich höre nicht wie das. Oh Gott. Was soll ich das machen, wie? Nee, wo seid ihr denn alles hier? Wo seid ihr denn alle? Was? Wie die Fliegenpanzer an den Schatten oder was? Äh, okay. Okay. Ach so muss ich fahren oder was? Ähm, mach mal keine Rede. Habe ich nicht drüber oder was? Okay, man muss halt so. Ich dachte, ich komme da so vorbei. So. Ach kacke, wird das nur so? Äch. Ja, ja. Die Panzer ein. Wie soll ich auf einmal nur noch weniger? Ja. Hm. So. Wir müssen die Schützen mit dem Schild. So. Oh, so. So, jawoll. Wir müssen drüber gefahren. Ja. Ding, 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 ding. Oh, warte. Ja. 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 Wieso fliegt das jetzt weniger, meine Kuhle? Ja. So, hier bin ich. Und nun? So. Ja, ja, guter Junge. Also los jetzt hier. Fieht einer oder was? Ja. Oh, die gibt sich der Fabrik. Die gibt sich der Fabrik in die Banz einlacken, ne? Hm. Aber jetzt schnell her. Was ist hier oder was? Ja. Aber schnell, komm, 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 komm. Komm, los, los, los. Ja, du hast ja nicht mehr. So, Davies ist zugegeben. Oh, oh. Die sind von allen Seiten. Komm mal los, ja. So. Wow. Batsch, Junge. Äh. Da komm ich nicht durch, wie was? Ach Mist. Ach, da muss ich flanken, äh, Vorsicht, 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 äh, Vorsicht, äh, Vorsicht Franklin, du hast nämlich keine wirklichen Spanzerungen wie wir hier. Das, Junge. Ja, das ist ja noch jetzt. Oh oh. Da, schon mal, das machen wir mal den hier. Da, mal den hier. So, die wir noch mal von den Militärer hier. Das machen wir mal den hier. Ja, wohin jetzt? Jawohl, so. Irgendwann müssen wir entdecken, ja. Zuck, 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 zuck. Ich muss immer noch, 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 noch. Das macht man schmachlos, komm, Schöller. Äh, der Zug, okay. Der Zug ist unsere Chance, ja. Dann mal los, jetzt hier. Und dann mal los, jetzt mal los, jetzt mal los, jetzt mal los. Ach so, hier sind sie. Was sind sie noch? Oh, Alter, von der drüben kann sie. Schöpfen ist genau so verändern, Leute. Schöpfen ist genau so verändern. Schöpfen ist genau so verändern. Da hätte ich mehr Probleme gehabt. Jetzt aber. So. Let's go. Oh. Oh. Easy, easy. I'm a friendly. Agent Sanchez. Our very own corrupt G-Man in training. You've got to be careful, buddy, alright? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. Yeah, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back atcha. Got the money? Everything we got. Okay. And here's your cut. Okay, wir haben die Welt klar. Gut, anscheinend, im Ernst, okay, so, Traumelfall, ausgeführt, das Ding im Bild, so, haben wir, ja, weiter, so, Geld verloren, warum suchen wir, okay, mhm, oh, aber gut ist es mal bekommen, ne? Alles klar, mhm, weiter.